Setze dich oder lege dich einfach ruhig hin und sprich mir im Geiste oder laut nach. Ich gehe in meinen Herzraum, ich rufe all meine Chakren zusammen und begebe mich in mein vereinigtes Chakra. Ich atme Ana, Solavana und Elixier in mich und weite mich mit jedem Atemzug. Ich bitte nun meine persönliche Engelsgruppe, jetzt für mich da zu sein und mir zu helfen, die einfließenden Energien tief in mir zu verankern. Ich begebe mich auf die Frequenz des aktorianischen Heilungsteams. Ich bitte um das blaue Licht des aktorianischen Heilungsteams. Ich bitte darum, dass mir vor meinem inneren Auge das für mich zuständige aktorianische Lichtschiff gezeigt wird. Und lasse dir bitte hier etwas Zeit bei dieser Vision und verzage nicht, wenn sie sich nicht sofort einstellt, sondern erst beim zweiten oder beim dritten Versuch. Ich bitte darum, dass über mir ein Korridor des aktorianischen Heilungsteams gehört. Und dieser Korridor des aktorianischen Heilungsteams geöffnet wird und dieser Korridor von mir bis zum aktorianischen Lichtschiff reicht. Und lasse dir hier auch etwas Zeit. Ich bitte darum, dass sich mir mein persönlicher Betreuer des aktorianischen Heilungsteams zeigt und meine Reise zu ihm begleitet. Und auch hier lasse dir ein bisschen Zeit. Gehe nun mit deiner Aufmerksamkeit in den Korridor über dir. Und bewege dich Kraft deiner Gedanken aufwärts, so wie in einem Fahrstuhl. Das ist eine sehr hilfreiche Vorstellung. Fahre aufwärts in diesen Korridor hinein. Und fahre weiter aufwärts, aufwärts, immer weiter, bis du auf dem Lichtschiff angekommen bist. Fahre aufwärts, immer weiter, bis du aufwärts, immer weiter, bis du aufwärts, immer weiter, bis du aufwärts. Du bist nun auf einem aktorianischen Lichtschiff bei deinem persönlichen Betreuer. Begrüße ihn oder sie und lasse dir seinen oder ihren Namen sagen und lasse vor deinem inneren Auge Bilder zu von dem Raum, in dem du angekommen bist und von deinem persönlichen Betreuer des aktorianischen Heilungsteams. Lasse dir auch hier etwas Zeit. Lasse dir auch hier etwas Zeit. Bitte nun darum, dass du in einen Lichtkristallraum der Heilung gebracht wirst und verweile, bis dies geschehen ist. Lasse dir auch hier ein wenig Zeit. Formuliere nun deinen Wunsch an das arktorianische Heilungsteam. Dies kann Heilung sein, Erkenntnis oder das Lösen von Blockaden. Bleibe beim Formulieren deiner Wünsche, im Fühlen auf dem Lichtschiff und bleibe in deiner Liebe, damit deine Wünsche die Kraft deines Herzens behalten. Du wirst nun Licht und Energie erhalten. Und magst dabei aus dem Fenster auf Mutter Erde sehen oder auch auf Arcturus schauen. Lasse dich von deiner Intuition leiten und verweile an dieser Stelle, bis du das Gefühl hast, dass die Energieübertragung beendet ist. Lasse dich von der Wünsche, bis du das Gefühl hast, 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 bis du das Gefühl hast. Lasse dich von der Wünsche, bis du das Gefühl hast, bis du das Gefühl hast, bis du das Gefühl hast, bis du das Gefühl hast. Raum wieder in den Raum geführt, wo du angekommen bist. Hier verabschiede dich. Danke dem arktorianischen Heilungsteam und deinem persönlichen Betreuer. Nun reise über den Korridor in deinen physischen Körper zurück. Lasse dir Zeit dabei, aber bleibe nicht stehen, verweile nicht. Gehe kontinuierlich wieder zurück in deinen Körper, wie ein Fahrstuhl, der wieder zur Mutter Erde zurückfährt. Und sobald du in deinem Körper wieder angekommen bist, schließt sich über dir der Korridor zum arktorianischen Lichtschiff. Sprich bitte im Geiste oder laut. Ich danke der geistigen Welt. Mit all meinen Helfern, meiner persönlichen Engelsgruppe, Lord Arktorus und dem arktorianischen Heilungsteam. Und dann kehre langsam wieder zurück zu deinem Atem ins Hier und Jetzt. Wackele ein wenig mit deinen Fingern oder mit deinen Füßen. Mache deine Augen auf, wenn du sie geschlossen hattest und verweile in Dankbarkeit für das, was dir geschenkt wurde. Ananasia. 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 Untertitelung des ZDF, 2020